Jacky! Nein! Hier drüben! Herzlich willkommen zurück! Jacky! Herzlich willkommen, Jacky! Hast du einen Geist gesehen? Ja, ich habe einen Geist gesehen! Heute Nacht wirst du sterben! Willkommen zurück! Auf diesem Rummelplatz! In New York City! Zeit, sich der Finsternis hinzugeben! Ja, Jacky! Nein! Bitte nicht! So! Auseinandergerissen! Cool! Hier ist noch einer! Wir sind... Jacky! Äh... Ja... Jacky oder Lassau! So! Die Fensternis werden... Sag mal, es ist doch wohl nicht wahr! Und... Sinn hat im Rummelplatz! Ich bin ein bisschen im Stress! Ich merke schon... Quatsch! Wieder weniger! Wo ist denn das so hell hier? Hier können wir jedenfalls nicht durch! Hier können wir definitiv nicht durch! So, wir müssen mal hier durch! Scheiße! Scheiße! Ah! Hinter uns ist er... Es gibt's doch nichts! Was sind das... Sind das denn... Auch so? Wo kommen die denn alle her? Das ist... Na nicht wahr, oder? Da hab ich schon auf den Finsterling... Geballert! 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 Arme Sau! Leckt mich am Ärmel! Es sind etwas im Stress hier... So! Ähm... Ich suche halt das nicht die ganze Zeit! Die sind da oben wieder... Da komm ich nicht ran, oder? Die Fender? Hatt ich das hier eben? 30... Und wieviel hab ich von dem Abgesägten? Oh, 30! Jetzt machen wir erstmal die Hand verzehren! Ja! Wir sind wieder hier... Schwer am Basteln! Die sind... Ach, das ist... Hattet! Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Das gibt's doch gar nicht. Ich komm mich direkt an die Rand. Es ist ein wenig stressig hier im Moment. Ich muss es echt zugeben. Die kleinen Pisser. Mich nervt dieses Licht vor allen Dingen. Das ist natürlich für uns. Ja, ich versuche mich hier gerade nicht fernzuhalten, wenn ich ausließe. Äh. Ja. Wunderbar. Klappt ja alles ganz wunderbar, wie ich mir das vorstelle. Das werfen die jetzt so irgendwelche Lichtbomben oder was? Oder wie? Ich werde ja doch verrückt hier. Was ist denn hinter mir? Wie schön in einer Hände zu können. Ja, das ist nichts. So. Einer weniger. Ist er. So. Hier ist es endlich ein bisschen. Wir sind da jetzt drinnen. Ah. Ja. Wie schön, dass wir wenigstens ab und zu ein paar Herzen noch haben. Ich spüre ihn auf. Ich spüre ihn auf. So. 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 Das ist doch nichts wahr. So. Was war das? So. Kann ich da rein? Nee. Komm ich nicht! Ach. Ach. So. Erstmal das Herz. Erstmal das Herz. So. Oh. Warum? Da ist doch noch ein Herz. Oder täusche ich mich da? Warum komm ich da nicht dran? Ah. Doch. Was hab ich jetzt eigentlich für Waffen dabei? Oh. Scheiße. Das ist Null. Und dann die Defender hat wenigstens Munition. So. Ist auch wieder mal Licht. Wo ist das? Wo ist das? Verdammt. Ja. Halte dich vom Licht fern. Ist gut gemacht. Wo ist denn das Kacklicht? Ah. Ich sehe auch gar nicht mehr. Wo kommt denn das Licht her? Da komm ich leider nicht drauf. Ist das jetzt hier komplett zu? Oder was? Hier ist doch die Scheißkiste. Bitte. Kapier's nicht. Ach da geht's auch da weiter. Warum kann ich das Ding nicht hier kaputt machen? Warum nicht? Tja. Irgendwie kann ich das nicht kaputt machen. Ähm. Ach. Na los. Ich kann ja auch nicht springen oder mal grad gleich so eine Tür durchlaufen. Null. Ja Null ist immer gut. Und jetzt. Ist das doch oben jetzt auch, oder? Ach. Ach. Munition. Munition ist in diesem Spiel echt wirklich das absolute, absolute Grauen. Den müsste ich packen und da reinwerfen können. Das kann ich aber nicht. Ach. Ach. Jetzt muss ich jetzt hier jede Latte. Ja. Ach. Besser mal. Besser mal. Besser mal. Besser mal. Besser mal. Ich hänge hier fest. Ich hänge in diesem blöden Ding fest. Ach. Ach. Du krieg's nicht raus. Ach. Das ist doch wohl nochmal. Was sind denn das für Dämonenkräfte? Das ist ja lächerlich. Ach. Was steht hier rum? Ja. Was steht hier rum? Das ist ne gute Frage. Wir versuchen irgendwie das Ding hier rauszukriegen. Ach. Ach. Irgendwo. Was haben wir denn hier? Ach. 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 Nein. Ach. Meiner Güte. Wo ist jetzt? Wo sitz hier noch einmal rein? Nee, das geht nur wieder auf. Wo stehst du denn jetzt? Du bist da draußen oder was? remotely. Kannst du was sagen, du da draußen gekommen bist? das war anscheinend Speicherpunkt, der es sein sollte. Können wir nicht jemanden auseinandernehmen? Kannst du nicht mal ein bisschen Ruhe geben? Komm ich auch nicht dran. Ich hasse dieses Licht. Ja, ja, schieß alle Lichter aus. Ich würde hier ganz gerne erstmal noch eine nehmen, weil mein Munitionsverband... Was haben wir denn hier? Relikt. Deine Zeit mit der Finsternis ist... Ähm... Sonst nix. Ach, stimmt. Der Sensationsverbrauch bei dem ist echt... Ich wage es nicht dich zu widersetzen. Ich wage es echt nicht mich zu widersetzen. Der Wild ist hier. Der Wild ist hier. Der Wild? Von wem? Von was? Apropos Wild. Glaubt der wirklich, dass er sich für uns nicht verstecken kann? Das heißt, spätestens wenn das Ding hier ändert, werde ich unterwegs sein. Das heißt, wir brauchen wieder ein paar Herzchen. Scheiße. So, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Naja, mach mal langsam. 47 habe ich hier noch, das ist okay. Und zum nächsten Mal. Mein Gott! Ähm... Sag mal, wie oft will ich denn da noch vorbeischießen? So. Was haben wir hier? Ja, heute kann ich von der Story gar nicht erzählen, weil ich mal mit Taten mitten hier in einem absoluten genervten Schusswechsel, der der an uns jetzt wick... Du wirst schütteln. Der an uns wickte Valente. Und... Ehre der Bruderschaft ist mir, glaube ich, gerade egal. Und der verteidigt natürlich seinen Laden. Da steht viel Faden. Scheiße, das ist wieder Licht. Und ich habe keine Ahnung, wie weit und groß dieser... Ich habe schon wieder irgendeinen, der mich mit dem Licht anstrahlt. Ich habe nicht so was und kann die. Die sind die obernervigsten. Vor allem, weil die irgendwie hinter mir und vor mir und meist Deckung stehen. Und kommen da angeflogen, sozusagen. Es ist aber auch eine... Masse, ihr... Licht. Hier, wo kommen diese verdammten Lichter her? Nee, das glaube ich jetzt langsam auch nicht mehr, aber... Irgendwas ist hier. Ja, spätestens ein Herz. Ja, siehste, ich sag, die werfen mich. Die werfen diesen Mist. Und dann habe ich hier ein Riesenproblem. Ja, da kann ich ziemlich viel Schaden anrichten. Momentan ist eher der Schaden auf meiner Seite. Wegen dem verdammten Licht. Kann ich auch wieder nichts ausschießen? Wo muss ich denn hier hin? Ja, da ist aber halt scheiße, mein Freund. Mensch, überall mal massiv Scheiße. Ja, und jetzt? Ich kann dieses Licht nicht ausschalten. Das ist hier ja wirklich so ein Punkt, wo ich vermutet werden könnte. Wo soll's denn hier weitergehen? Okay, machen wir die Partiale. Aber hier ist auch nichts. Ja, wo willst du denn hin, du Kaspar-Gam? Ja, er versuchte mal. Da ist der Leiter. Da ist eine Leiter. Okay, wenigstens bin ich da mal durchgekommen. Hier rein. Ah, sehr schön. Talente kaufen. Ähm, was haben wir denn hier? Bodenschmetterer. Ich weiß es jetzt nicht. Luftfinster. Das hatte ich doch, das hab ich doch schon, ja. Ja, das hört sich ganz gut an. Ich tue dann manchmal schwarze Löcher statt Herzen. Hol sie dir mit deinem Dämonenarm und wirf sie dann, um einen Wirbel des Todes zu erzeugen. Das ist schön. Aber, wo geht's jetzt weiter, bitte? Munition, 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 Munition! Können wir nicht jemanden auseinandernehmen? Ähm, nein. Weil ich keine Ahnung habe, wie's weitergeht. Ja, und du? Ah. Okay. Wo müssen wir hin? Ja, ja, ich bin ja hinter dir, du Pfeife. Wo müssen wir denn hin? Darunter? Moment, La Tüchte, Licht, irgendwas. So. Ich hoffe, hier kommt ein Speicherpunkt. Da hab ich's gesehen. Speichern. Leute, genau an dieser Stelle. 19 Minuten sind rum. Werde ich es hier auch beenden? Den Speicherpunkt haben wir mitgenommen. Es war etwas wenig gesprochen. Dafür mehr Hektik, weil ich kann echt nichts dafür. Und zwar, ja, wieder kaum war ich drinne. Riesenzirkus. Aber wir sind jetzt schon mal einen Schritt näher an Victor Valente. Und der hat ja abgespeichert. Sehr schön. Ich danke euch für das Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Feiertag heute. Einen schönen Feiertag. Geht mal raus und sitzt nicht am Computer. Und schaut euch Filmchen an. Also ich werde das hier noch zum Rändern anstoßen. Und spätestens um 12 Uhr mittags bin ich on Tour. Ach, da unten wird es so längst. Nein. Heute nicht. Mein Äffchen. Heute habe ich anderes zu tun. Ja, aber ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ich den nächsten Tagen wieder auf dem Kanal vorbeischauen. Bis dahin. Macht's gut. Bye-bye. Und tschau. Na, da geht's ja mal richtig los. Krawall auf der Achterbahn. Und natürlich jede Menge der immer stärker werdenden komischen Hilfstruppen von Victor Valente. Unter anderem eben auch diese fürchterlichen Typen, die dieses Lichter werfen. Das ist natürlich ultimativ nervig. Und wie immer kaum Munition. Kaum irgendwelche sinnvollen Waffen. Und also das wird ja wirklich noch ein Hammerstück, bis wir uns überhaupt Valente genähert haben. Aber egal. Wir müssen da jetzt durch. Wir haben die Schoße angefangen. Wir wollen Jenny retten. Oder hilft es nix. Victor Valente muss sterben. Aber das natürlich erst in den kommenden Folgen hier auf dem Kanal. Bis dahin. Macht's gut. Bye-bye. Und ciao.